Schon mit einfachen Mitteln steigert Flex den Mehrwert deines Erklärvideos. Zum Beispiel mit einer Kapitelauswahl. Damit bietest du deinen Zuschauern die Wahl, was sie wann sehen möchten. Und aus einem gewöhnlichen Erklärvideo wird ein interaktives Erlebnis. So wie dieses Video. Wähle jetzt ein Thema. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017